moin moin zielkrautsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe im fokus hier auf eurem zielkrautskanal heute möchte ich euch die kun mink vorstellen ein neues superschiff was am 14 märz in world of warships released wird ja zumindest wenn ihr genug credits habt dann könnt ihr nämlich wieder im auktionshaus daran teilnehmen und eins von 825 serverübergreifenden kun minks ersteigern wer nicht ganz so viele credits über hat oder nicht bereit ist so viele credits auszugeben der wartet ganz einfach ab in eins der kommenden updates wird dieses schiff nämlich dann auch ganz normal für weniger credits zu kaufen geben ich habe ein paar runden mit der kunming gedreht das gameplay seht ihr im hintergrund ja und jetzt werde ich euch ein paar zahlen und daten und fakten und meine eindrücke von der coming natürlich liefern wenn euch das ganze format gefällt dann würde ich mir auf jeden fall freuen wenn ihr jetzt an der stelle schon mal einen daumen nach oben für dieses video da lasst das wäre auf jeden fall ein großartiger support von euch wer unser kanal natürlich noch nicht abonniert hat kann er gerne auch natürlich abonnieren und die glocke nicht vergessen zu drücken damit ihr kein weiteres video mehr auf unseren kanal verpasst ja die kunming ist ein zerstörer der panasiaten und der reguläre nachfolge der yu yang auf tierstufe 10 also wir haben es hier mit einem super schiff zu tun und wir beginnen natürlich zunächst erstmal mit meiner ausgewählten kapitäns skillung 21 kapitänspunkte habe ich hier vergeben und in der ersten reihe ist dann der abwickler geworden plus 30 prozent gibt euch das nun mal auf die wahrscheinlichkeit ein wassereinbruch zu verursachen und des weiteren präventive maßnahmen in der zweiten reihe ganz klassischer zerstörer bild mit letzter anstrengung natürlich hier drin in der dritten reihe volles rohr damit laden eure torpedower fahrern noch mal zehn prozent schneller nach dann natürlich der adrenalin rausch und im letzten slot der dritten reihe experte der überlebensfähigkeit gibt euch einfach noch mal 3500 treffer punkte mehr auf dieser stufe und in der vierten reihe habe ich mich hier für funk ortung entschieden und für den tarnungsmeister gehen wir weiter zu den verbesserungen auch hier nichts ungewöhnliches erstmal hauptbewaffnungsmodifikation 1 im ersten slot und im zweiten slot schutzsystem für manövrierbarkeit ganz klassisch beim zerstörer im dritten slot wollen wir ein bisschen mehr torpedogeschwindigkeit haben und haben uns somit für die torpedowerfer modifikation 1 entschieden im vierten slot antriebsmodifikation 1 verringert einfach die zeit bis ihr volle fahrt erreicht im fünften slot alternativlos tarnungssystem modifikation 1 und im sechsten slot noch mal minus 15 prozent auf die ladezeit der torpedowerfer mit torpedowerfer modifikation 2 ja und wer die funk ortung also das rpf hier nicht benötigt für den blende ich meinen alternativen skill hier nochmal ein ja ihr spart euch natürlich vier skill punkte ja und in der zweiten reihe habe ich dafür die flinken aller eingesetzt bringt nochmal fünf prozent torpedogeschwindigkeit oben drauf und in der ersten reihe ist es dann spezialist für verbrauchsmaterial bei mir geworden was natürlich ganz interessant ist die minus zehn prozent ladezeit bei der torpedonachladebeschleuniger also hier gewinnt ihr definitiv viel zeit dann weil ich dann noch einen skillpunkt über habe habe ich mich einfach hier für den beschussalarm entschieden alternativ wenn ihr sagt nein speziell ist für verbrauchsmaterial oder beschussalarm brauche ich gar nicht gibt es natürlich auch die möglichkeit zum beispiel vorrangiges ziel zu nehmen oder verbrauchsmaterialverbesserung das gibt euch die nummer plus zehn prozent bei der wirkungsdauer zum beispiel beim motorboost oder halb im wagensradar wenn ihr euch dafür entscheiden solltet dieses hier einzusetzen ja was geht aus dieser skillung hervor natürlich eindeutig hier ein torpedoboot also wir haben hier ein klassisches torpedoboot ja kein gunboot aber das gucken wir uns natürlich gleich noch mal an wenn wir uns die ganzen zahlen noch mal angucken aber wer die young kennt und um die gefahren weiß der weiß auf jeden fall dass wir hier torpedolastig unterwegs sein werden und natürlich vergleichen wir hier unsere kunming natürlich mit der yu yang und auch mit den anderen tier 11 schiffen die aktuell im spiel drin sind und es geht los mit der schiffsgröße und da kommt die kunming mit 131 meter daher und eine breite von 12,6 meter ja also wir sind natürlich ein bisschen größer als die yu yang ist ja ganz klar und zwar sind das 16 meter aber wir haben die gleiche breite kommt natürlich da zum tragen dass wir hier einfach ein tier 11 schiff sind und kein tier 10 schiff mehr nichtsdestotrotz sind wir damit das kürzeste tier 11 schiff aktuell im spiel nach uns kommt die dalana die ist 137 meter lang also dann knapp sechs meter länger sprich ihr habt die möglichkeit hier vom feind ein bisschen schwerer getroffen zu werden da ihr einfach hier ein bisschen kürzer seid als andere tier 11 schiffe ja basierend auf meine ersten skillung blende ich euch jetzt oben immer die daten hier ein zu der kunming wir fangen mit der hauptbatterie und die stockwerte da kommt die kunming mit dem kaliber von vier doppelgeschütztürmen 127 millimeter daher sie hat eine reichweite von 13,4 kilometer und braucht fünf sekunden um nachzuladen ja was ergibt sich daraus die yu yang schießt auf jeden fall kürzer und zwar satte 1,5 kilometer kürzer als wir die kommt nämlich nur auf eine reichweite stockmäßig von 11,9 kilometer und der nächste interessante fakt ist wir haben die höchste reichweite aller tier 11 zerstörer also wir können am weitesten schießen nichtsdestotrotz hier gibt es auch gleich ein wehrmuts troffen wir haben den längsten reload nach der sorgie die braucht man 0,3 sekunden länger als wir also weit schießen ist auf jeden fall schon mal ein großer pluspunkt dafür müssen wir halt ein bisschen länger warten bis wir wieder nachgeladen haben ja bei den ap granaten da gucken uns mal den maximalen schaden und der liegt hier bei 2100 damit könnt ihr maximal 43 millimeter penetrieren oder halt 8 mm overmatchen was bedeutet dass unsere ap granaten sind identisch zu yu yang also gibt es gar keinen unterschied das bedeutet aber auch gleichzeitig dass wir die langsamste mündungsgeschwindigkeit haben da blende ich euch gleich mal eine grafik ein da könnt ihr mal sehen im unterschied zur sorgie wieder an unsere granaten flugbahn ist also seht schon unsere granaten flugbahn ist so ein bisschen orbitaler die braucht natürlich viel länger um dann in luft zu sein um dagegen einzuschlagen was dann natürlich diese große reichweite auf ihr ein bisschen weg macht ihr müsst dementsprechend gut eben können zumindest wenn ihr auf bewegsame ziele dann halt schießen wollt auch haben wir einen schlechten ap alpha schaden der ist nichtsdestotrotz gleich mit der dalana mit der joshua humphreys und mit unserer yu yang ja oftmals werden natürlich he granaten das mittel eurer wahl sein und auch hier die stockwerte für euch der maximale schaden liegt hier bei 1800 damit könnt ihr einen penetrationswert von 21 mm erreichen und habt eine feuerschance von 5 prozent wenn ihr in der x-ray und victor lieber als signal wird nehmt dann könnt ihr auf sechs prozent kommen und wenn ihr in irgendeiner skillung halt den sprengmeister noch drin haben sollte dann wären es halt maximal sieben prozent ja und für den geneigten yu yang fahrer den kann ich hier gar nichts für neues erzählen auch hier haben wir ja die identischen hi granaten wie bei der yu yang und nach der dalana mit 1750 alpha damage haben wir den geringsten alpha schaden aller tier 11 schiffe woher man sagen muss egal ob ap granaten oder hri granaten ja die schiffe nehmen sich hier alle nicht wirklich viel also die liegen alle ziemlich auf augenhöhe ja nichtsdestotrotz jamagiri die streut hier ein bisschen nach oben heraus die hat ja maximal alpha schaden von 2150 ja jetzt kommen wir eigentlich zu unserer stärksten bewaffnung also die wir hier hauptsächlich mit reinbringen ins gefecht und zwar unsere torpedos und da haben wir drei fünfer werfer mit an bord und eine reichweite von 13,5 kilometer die stock nachladezeit beträgt 139 sekunden ich habe sie hier geskillt kommen dann somit auf 106 sekunden die stock geschwindigkeit 69 knoten auch die ist bei mir wieder ein bisschen gepusht worden damit erreichen wir eine geschwindigkeit von 72,5 knoten bei den torpedos der maximale schadenswert liegt hier bei 18.800 und der gegner hat die möglichkeit 0,8 kilometer bevor die torpedos bei ihnen einschlagen diese halt zu erkennen das gibt ihnen eine reaktionszeit von gerade mal 4,1 sekunden und natürlich gerade für schlachtschiffe ist das nahezu und dodgebar wir haben eine stock flutung chance von 389 prozent und auch diese habe ich ja nochmal nach oben gedrückt und zwar kommen wir hier auf den wert von 581 prozent ja und ich habe selbst eigentlich gar nicht bei meinen gefechten so darauf geachtet aber nahezu jeder torpedotreffer müsste eigentlich fast eine flutung nach sich ziehen da könnt ihr mal oben mal das ganze mal verfolgen während des gameplays und euch das mal anschauen ja was bedeutet das ganze und zwar mir einen ganzen werfer mehr bekommen als die dojang also sprich wir haben fünf torpedos gleichzeitig mehr im wasser was man einfach denn fast den ja theoretischen schaden von knapp 100.000 ausmacht wenn diese torpedos treffen sollten also ihr könnt auch viel viel breiteren torpedofächer einfach ins wasser richtung gegner schicken dafür kleiner wermutstropfen laden wir halt zehn sekunden länger nach aber ich denke mal das kann man verschmerzen wenn wir dafür fünf torpedos mehr denn haben damit haben wir die meisten torpedos auf tierstufe 11 nach der yamagiri im wasser die kommt dann auf 18 stück also hatte noch mal drei stück mehr ja auch der alpha schaden ist direkt nach der yamagiri angesiedelt dafür haben wir hier die höchste flutungschance von allen zerstörern ja wir kleine wermutstropfen durchschnittliche geschwindigkeit wie gesagt deswegen haben wir sie ein bisschen weiter nach oben gepusht aber wir haben ja noch mal die bester kennbarkeitsreichweite also beziehungsweise für den gegner natürlich schlecht ja im vergleich dazu yamagiri die acht kilometer tops die gehen schon mal 1,8 kilometer vor dem gegner auf dementsprechend hat er eine viel bessere chance diese torpedos noch zu dodgen ja und viele sachen hören sich hier bei den torpedos richtig gut an nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen wermutstropfen und zwar handelt es sich um tiefwassertorpedos was bedeutet das ganze ihr könnt alles torpedieren außer zerstörer ja da gehen die tiefwassertorpedos einfach unten durch ja gibt es natürlich nachteil wenn ihr ja 1 zu 1 fight seid vielleicht zerstörer aus dem nebel raus torpedieren wollt oder einfach ja torpedos in den gegner reinschmeißen wollt in der hoffnung dass ihr denn zerstörer findet und trefft das könnt ihr hier mit der kunming leider nicht machen dementsprechend achtet auf eure ziel auswahl auch die möglichkeit dass der gegnerische zerstörer eure torpedos natürlich vorher aufdeckt diese möglichkeit besteht natürlich auch und das ist halt der ganz große wermutstropfen bei diesen tiefwassertorpedos ja ein weiterer wermutstropfen das sind die wasserbomben die gucken wir uns nämlich als nächstes an ja wie viele bomben haben wir in einer ladung das sind zwölf stück bomben pro ladung haben wir dann entsprechend zweimal also ihr könnt hintereinander das abwerfen müsst dann 14 sekunden warten um das nächste mal und bekämpfen zu können und der maximale schaden liegt hier halt auch nur bei 1700 das heißt im endeffekt wir mir weniger ladung als die young mit an bord haben die wenigsten ladung insgesamt nach der dalana wenn wir die t11 schiffe mit einbeziehen und haben wir auch den geringsten alpha schaden also insgesamt können wir sagen die wasserbomben sind einfach nur schlecht dementsprechend müsst ihr da relativ genau das ubo treffen um es dann ja schaden zuzufügen oder dann auch versenken zu können ja noch der nächste punkt ist keiner mit denen euch die kunming hier aus die socken hauen wird und zwar geht es hier um unsere flugabwehr dafür wird sie definitiv nicht berühmt werden ganz wichtig am anfang p-taste drücken wenn gegnerischer flugzeugträger mit dem spiel ist weil eure lang strecken flugabwehr die fängt bereits ab 5,8 kilometer an zu schießen also geht dann halt früher auf ja als eure normale erkennbarkeitsreichweite zur luft ist dann habt ihr eine schadensmöglichkeit von 77 dps also sehr sehr gering mittel strecken flugabwehr schießt dann mal vier kilometer los da erhöht sich dann der schaden ein bisschen auf 150 dps und die kurz strecken flugabwehr die schießt noch mal bei zwei kilometer los und hat dann rein theoretischen schaden von 137 dps das heißt wir sind ein bisschen besser als die jagen sind trotzdem nicht überragend wir haben einfach die zweitschlechteste flugabwehr nach der jamagiri wenn wir die t11 schiffe wieder mit einbeziehen insgesamt können wir die flugabwehr also als sehr mau und eher schlecht bewerten am nächsten punkt der wendigkeit sieht es wieder ein kleines bisschen besser aus oder stellzeit beträgt hier 4,41 sekunden und wir haben Wenderadys von 700 meter und eine geschwindigkeit von 38 knoten sierra mike signal natürlich mitnehmen 39,9 knoten könnt ihr dann erreichen und wenn ihr den motorboost noch zündet kommt ihr auf eine maximale geschwindigkeit von 42,9 knoten ja das bedeutet im vergleich ist die yu yang hier auf jeden fall besser aufgestellt die kommt nämlich auf eine ruderstellzeit von 3,1 sekunden nimmt also uns hier sagenhaft 1,3 sekunden ab und auch der wenderadys ist hier ein bisschen besser und zwar beträgt der nur 620 gegenüber unseren 700 metern nichtsdestotrotz sind wir hier zusammen mit der dalana das wendigste schiff auf tierstufe 11 aber bei der geschwindigkeit da gibt es mehrmundstropfen da sind wir halt nur im mittelfeld angesiedelt wenn wir uns mal die anderen schiffe da angucken dalana ist hier das schlusslicht mit 36 knoten aber die saug die kommt hier auf sagenhafte 43 knoten und das ohne irgendwelches zu tun ja und was wollen natürlich alle zerstörer fahrer die wollen eine gute erkennbarkeitsreichweite haben wir wollen natürlich möglichst spät aufgehen bzw gegnerische zerstörer früher aufdecken ja und hier muss ich euch wieder ein bisschen enttäuschen und zwar kommt die kunming mit einer standard erkennbarkeitsreichweite zur see von 7,8 kilometer daher das heißt wenn wir doppel konsument hier und das müssen wir natürlich hier fahren skillen dann kommen wir hier auf einen wert bestwert von 6,3 kilometer und auch zur luft bedeutet das 3,9 kilometer ist hier euer stockwert geskillt kommt ihr dann immerhin auf 3,16 kilometer runter ja nichtsdestotrotz sind wir hier einfach mal 600 meter schlechter als die yu yang also die yu yang hat hier einen super spitzenwert eigentlich als zerstörer ja 7,2 kilometer standard reichweite bei der erkennbarkeit zu 7,8 kilometer auch damit haben wir hier die höchste erkennbarkeitsreichweite bei den tier 11 zerstörern direkt nach der sorgie die müssen wir natürlich hier ein ausklammern das ist natürlich eher ein gun boot und kein torpedo boot also auch hier muss ich ein bisschen sagen nicht wirklich gut was die kunming hier an erkennbarkeitsreichweite mit sich bringt ja und wenn die erkennbarkeitsreichweite hier nicht ausreicht heißt das doch eigentlich dass unser überlebenswert also unsere strukturpunkte doch eigentlich massiv sein müssten ja würde man vermuten ist aber nicht so 20.200 strukturpunkte da kommt die kunming mit her ich habe es ja geskillt kommen also auf 24.000 und 50 strukturpunkte natürlich haben wir ein bisschen mehr strukturpunkte als yu yang und zwar sind es dann 1700 mehr aber wir sind natürlich auch ein tier 11 schiff ja was heißt das im tier 11 vergleich da sind wir wieder ganz unten angesiedelt 20.200 dalana okay die hat nur 20.300 aber alle anderen schiffe die liegen halt deutlich über uns joshua humphreys zum beispiel die jetzt auch gleichzeitig mit uns schwierigen kommt hat dann einfach 23.700 und somit 3500 strukturpunkte gleich am anfang der runde mehr als wir ja kommen wir schon mit zu den letzten punkten und zwar zu den verbrauchsmaterialien schadensbegrenzungssystem ich denke mal hier brauchen wir nicht wirklich viel zu sagen unbegrenzte ladung hier an bord habt wirkungsdauer beträgt hier fünf sekunden abklingzeit sind dann 38 sekunden viel interessanter ist dann eher der zweite slot und zwar den nebelerzeuger den können wir nämlich mitnehmen und haben davon standardmäßig schon ziemlich viele ladung mit an bord und zwar fünf stück die wir am anfang des gefechts mit reinbringen wirkungsdauer sind dann hier 34,5 sekunden also ihr könnt eine relativ gute lange nebelwand ziehen die nebelwand wird dann 70 sekunden bestehen bleiben also das ist eine gute keine sehr gute standzeit und ihr habt eine abklingzeit dann nochmal von 95 sekunden also ein bisschen müsst ihr noch warten dann könnt ihr relativ zeitnah die nächste nebelwand dann entsprechend entlegen kann man sowohl als defensives verteidigungsmittel natürlich nutzen um sich zurückzuziehen aber natürlich auch hier in die smoke sich reinzusetzen und damit seine reichweite mit den hauptbatterien arbeiten um gegnerische schiffe dann entsprechend ja möglichst unentdeckt zu beschießen wer auf den nebelerzeuger verzichten möchte kann ihr alternativen überwachungsradar mitnehmen und das natürlich eine sehr sehr gute möglichkeit hier als zerstörer wir kennen schon von einem paar nasiaten also von der young die hat sie dann auch schon unter anderem mit drin gehabt und es gibt natürlich viele viele alternativen und möglichkeiten hier in der bekämpfung von gegnerischen schiffen zerstören was auch immer ich habe hier drauf verzichtet weil ich war alleine unterwegs gewesen ist natürlich denke ich mal meiner meinung nach zumindest in der division eher brauchbarer wenn ihr denn ja schiffe früher aufdecken könnt 7,5 kilometer habt ihr nämlich die möglichkeit dann schiffe zu orten wirkenstauer beträgt dann 25 sekunden und die abklingzeit dann 114 sekunden drei einheiten habt ihr hier standardmäßig davon an bord aber wie gesagt ich habe es nicht getestet gehabt weil ohne division unterwegs mit einer langen nachlade zeit gegen zerstörer die vermeintlich eine bessere nachlade zeit haben oder mehr strukturpunkte als ich und mich dann auf meine team kamera nur zu verlassen dieses risiko bin ich hier nicht eingegangen dementsprechend habe ich mich hier eher für den nebelerzeuger entschieden ja nichtsdestotrotz bleibt natürlich gerade da hier eine sehr sehr gute möglichkeit hier einzusetzen im nächsten start habt ihr dann die möglichkeit motorbus zu zünden davon habt ihr auch drei ladungen standardmäßig mit an bord abklingzeit hier 114 sekunden wirkungsdauer 120 sekunden bringt euch dann nochmal 8 prozent auf die höchstgeschwindigkeit und oben drauf hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt 43 knoten könnt ihr dann maximal erreichen ja dann kommen wir zur nächsten sache die hier den panasiatischen zerstörern hier vorbehalten ist und zwar unser torpedonachladebeschleuniger wieder eine sehr sehr gute geschichte hier bei den verbrauchsmaterialien was bedeutet das verringerung der ladezeit der torpedowerfer sprich ihr habt eure torpedoladung rausgehauen wollte es aber nicht die volle abklingzeit warten ihr zündet den torpedonachladebeschleuniger wartet dann nur 8 sekunden und die torpedos wieder komplett vollständig nachgeladen zwei ladungen habt ihr davon an bord müsst dann aber relativ lange warten nämlich 285 sekunden standardmäßig ich habe euch ja von ein paar alternativen angeboten gehabt wie ihr das ganze ein bisschen runterdrücken könnt ihr bei dem wert ja dementsprechend könnt ihr relativ zeitnah also 30 torpedos hier gleichzeitig ins wasser reinwerfen und das natürlich ein ultimativ breiter fächer der dann auf den gegner zurollen kann und richtig richtig viel schaden verursachen kann ein wichtiger punkt natürlich um auf diese abklingzeiten zu kommen ja ich habe es ja euch am anfang eingeblendet meine skillung nehmt auf jeden fall das signal november foxtrot mit da habt ihr dann mal 5 prozent bei der vorbereitungszeit der verbrauchsmaterialien drauf gewonnen ja und bevor wir gleich zum fazit der konmin kommen möchte ich mal ganz kurz propads.gg vorstellen ja hier könnt ihr super eigene hochwertige mauspads für euch selber gestalten oder natürlich auch in euren sie kurz design je nachdem wie ihr möchtet also gerne mal einfach aufklicken euch mal ein bisschen inspirieren lassen ihr findet den link unter jeden unserer videos ja das waren erstmal die daten zur kunming gewesen und zusammenfassend wollen wir natürlich ein fazit ziehen kommen zu den vornachteilen des schiffes und beginnen bei den stärken ja als erste stärke habe ich denn die erkennbarkeit unserer torpedos aufgeführt wir haben es ja gesehen relativ kurze reaktionszeit die den gegnern bleibt und um unseren torpedos hier auszuweichen dementsprechend ja garantiert das dass wir relativ viele torpedos die auf den gegner zu wollen dann auch ins ziel bringen und als zweiten punkt natürlich die anzahl unserer torpedos also einen breiten torpedofächer den können wir hier legen ermöglicht natürlich uns auch hier die wahrscheinlichkeit zu erhöhen irgendwo irgendwas auf jeden fall zu treffen als dritten punkt torpedonachladebooster ja ganz klare stärke innerhalb von kürzester zeit haben wir also die möglichkeit nicht nur 15 torpedos ins wasser reinzulegen nein wir haben die möglichkeit 30 torpedos ins wasser reinzulegen was natürlich ein ungemein großen breiten torpedoteppich hier richtung des gegners rollen lassen kann dann als weiteren punkt torpedos schaden wir haben es ja gesehen nach der hamagiri erzeugen wir den möglichst größten schaden dadurch dass wir relativ viele torpedos im wasser haben ja potenziell hochgerechnet also eine riesengroße möglichkeit hier viel torpedos schaden zu verursachen dann als weiteren punkt anzahl der hauptpatriere schütze ja auch wenn die nach der zeit hoch ist das ist ein wärmutstropfen haben wir nichtsdestotrotz eine relativ große anzahl von hauptbatterie geschützen die wir dann zum einsatz bringen können um uns dann wenigstens ein bisschen wehren zu können ja noch ein weiterer punkt die reichweite der hauptbatterie die müssen wir hier nennen ist einfach der beste wert hier bei den tier 11 zerstörern wir haben die weiteste reichweite können natürlich hier im nebel sitzen und ja möglichst weit entfernte ziele hier einfach beschießen müssen auch nicht die angst haben hier irgendwie eine radarreichweite reinzukommen also diese gefahr haben wir hier nicht dann haben wir natürlich eine riesengroße möglichkeit unser radar hinzusetzen müssen natürlich aber dafür auf nebel verzichten also ihr habt hier die möglichkeit gegnerische schiffe vorher aufzudecken bevor sie euch aufdecken oder natürlich auch in der division entsprechend eure divisionspartner zu supporten ja schiffe aufzudecken bevor ihr überhaupt schießen müsst und eure divisionspartner oder natürlich euren verbündeten schiffen die möglichkeit zu geben hier schiffe vorher für sie aufzudecken und beschießen zu lassen dann als weiterer punkt anzahl nebel erzeuger also wir haben ja gesehen relativ viele nebel erzeuger die wir hier mit an bord haben fünf stück sind es hier standardmäßig und die können wir dann relativ zeitnah sogar auch immer wieder einsetzen also die abkling zeit ist hier eigentlich relativ gut so dass ihr relativ oft auch im nebel sitzen könnt und dann entsprechend auf die gegner schießen könnt ja umgelegt ist es natürlich auch schatten und diese schatten seiten bringt die kunming auf jeden fall mit sich mit als ersten punkt habe ich hier mal die schlechten torpedowinkel aufgezählt ja ich habe sicherlich im gefecht gesehen wenn ich die torpedowinkel abgeworfen habe dann habt ihr einen relativ schmalen grad wo er die torpedos nur ins wasser werfen könnt also dieses nicht wirklich breit nicht gut nach vorne nicht gut nach hinten und einfach mal ja relativ stark begrenzt als zweiten punkt müssen wir natürlich die tiefwassertorpedos hier eindeutig benennen ist definitiv ein nachteil weil ihr könnt einfach keine gegnerischen zerstörer torpedieren ihr habt ihr nicht die möglichkeit diese aus dem wasser rauszujagen ja jeder der bescheid weiß wenn ein panasiatischer zerstörer auf ihn zu rollt er braucht hier keine angst haben wenn er nie mal drin sitzt dass er von torpedos überrascht wird das definitiv nicht deswegen ist es auf jeden fall ein nachteil hier unser kunming da natürlich ein weiterer punkt erkennbarkeitsreichweite ja wir sind ein zerstörer machen wir uns mal nichts vor wir wollen möglichst spät entdeckt werden und natürlich viel später entdeckt werden als gegnerische zerstörer ja das schafft die kunming hier leider nicht wir haben eine relativ hohe erkennbarkeitsreichweite und somit eindeutigen nachteil gegenüber anderen schiffen ja der nächste punkt ist natürlich unsere nachladezeit der hauptbatterie wir haben es ja gesehen nach dem typischen gunboat einer sorgie der dann eher auf reichweite spielt haben wir die höchste nachladezeit gehabt ala tier 11 zerstörer ja was soll man sagen eindeutiger nachteil natürlich gerade wenn es im zweikampf im eins zu eins duellen um die letzten strukturpunkte geht dann sind wir mit der kunming ja sicherlich oft im nachteil als weiteren punkten muss man auch benennen wir haben hier kein f-skill sowie andere super schiffe das hier meistens an bord haben also wir nicht die möglichkeiten feuerstoß abzusetzen ja dementsprechend natürlich auch nachteil gegenüber anderen zerstörern gerade wie sagt wie auch hier vorher schon mit der nachladezeit nachteil gerade im eins zu eins duell ein weiterer nachteil auch unsere flugabwehr also wenn wir von gegnerischen fliegern angegriffen werden dann können wir uns hier nicht wirklich werden ja ist natürlich auch ein entscheidender nachteil gerade wenn füchselträger mit im match drin sind ja was ist mein persönliches fazit von der kunming ja eigentlich kann man da sagen liegt und schatten seiten sowie das gerade schon bei den stärken und schwächen herauskristallisiert haben genauso liefen eigentlich auch meine runden zwischen sehr guten runden mit viel viel schaden so wie ich sie euch versucht habe im gameplay entsprechend einzublenden um natürlich hier euch die besten eindrücke zu vermitteln gab es genauso aber auch die schatten seiten wo relativ wenig schaden umgekommen ist was waren das für duelle gewesen meist duelle wo relativ wenig schlachtschiffe mit im spiel waren weil das ist eigentlich euer haupt angriffsziel euer haupt angriffspunkt die schweren pötte die wollt ihr natürlich torpedieren ja indem ihr eure torpedos eure torpedos salmen eure torpedoteppiche auf diese zu rollen in last und natürlich möglichst viel schaden dadurch generieren könnt ja oder wenn diese schlachtschiffe weggefahren sind dann war es natürlich auch schlecht gewesen 13,5 kilometer ist nicht schlecht ist aber auch nicht überragend ja da kommen natürlich andere zerstörer auf viel viel besseren wert und auch die ganze duelle ja da muss man ja wie gesagt feststellen dass die kunming hier nicht ja da richtig duell fähig ist oftmals dann halt unterlegen wenn ihr da keinen support habt dann wird schwierig dann müsst ihr hoffen dass ihr nebel parat habt oder zumindest in insel neben euch hinter euch wie auch immer bringen könnt im granule wird sie halt oftmals unterlegen seit sein da ist sie einfach nicht dieses typische gunboot wie halt andere zerstörer auf dieser stufe ja vielleicht als schluss fazit kann man festhalten wer die young mag der sollte sich auf jeden fall die kunming und damit macht man denn auf jeden fall gar nichts verkehrt habt einfach schon mal ein torpedowerfer mehr ich denke mal das ist dann sicherlich auch das haupt argument allen anderen kann man vielleicht eher sagen dann lieber ein anderer zerstörer bevor man sich die kunming holt und ich hoffe ganz am ende hat euch dieses video hier spaß gemacht ihr kommt einiges von der kunming mitnehmen seid jetzt wieder im bild was dieses neue superschiff angeht und ich würde mir jetzt am ende des videos freuen wenn ihr natürlich diese ganze arbeit hier honoriert und einen daumen nach oben unter diesem video da lässt natürlich auch über jeden kommentar freue ich mich gerne mal eure meinung dazu was ihr von der kunming was ihr von diesem setup hier dann entsprechend haltet wenn ihr unseren kanal noch nicht abonniert habt und kein video mehr rund um world of warships verpassen wollt dann gerne ist natürlich auch ein abo da lassen und die glocke nicht vergessen ich bedanke mich für eure zeit für euer zuschauen hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder dabei egal welches video das natürlich von uns hier ist ja macht's gut bis zum nächsten mal euer toxic euer sequels team